So Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem Video. Ich bin sehr, sehr gehypt, Leute, denn ihr habt gesehen, immer hungriger Huru, satter Huru, ähm, Reaktion. Werden auch folgen, wenn ich Bock hab, beziehungsweise wenn nichts anderes geplant ist. Zum Beispiel, Sattahuku hat heute auch wieder ein neues Video hochgeladen. Mal gucken, ob da die Reaktion online kommt. Auf jeden Fall ist klar, auf wen reagiert wird. UnsympathischTV. Er war jetzt elf Monate inaktiv, sag ich mal. Hat dennoch auf Twitch geliefert und gestreamt immer und so, ne. Ähm, hat wieder ein Video hochgeladen. Also ich kann's euch auch mal zeigen, ne. Er war hier wirklich elf Monate, also ein Jahr und das Neueste ist gestern rausgekommen. War kurz Zigaretten holen von UnsympathischTV. Ich freu mich drauf, Leute. Ist Platz 1 auf den Trends, weil, Leute, das, äh, Unsympathisch ist einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands, würde ich schon sagen. Hat eine Million Aufrufe nach noch nicht mal 24 Stunden, 250.000 Likes. Ich würd sagen, Leute, Abo ist auf jeden Fall da. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn nicht abonniert hab. Und jetzt würde ich sagen, let's go. So, dann bin ich von Zigaretten holen zurück. Mega witzig, also Sascha ist echt, also. Nice. Fühle ich auf jeden Fall. Mal gucken, was ich so verpasst hab. Ah, Digger. Gar nichts. Heute ist endlich wieder soweit. Heute kommt endlich ein neues Video und zwar Sascha liest Kommentare. Die Woche ist ja so schnell vergangen. Das heißt, ich war mal wieder unter meinen alten Videos unterwegs und hab die lieben Kommentare von der geliebten Community durchgelesen. Und ganz traditionell fangen wir an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode. Let's go. Ich finde es krass, wie konsequent inaktiv du bleibst. Respekt an dich. Inaktiv? Ich war doch nur kurz Zigaretten holen. Muss ehrlich zugeben, waren bis jetzt wirklich die stärksten drei Monate auf deinem Kanal. Mach bitte weiter so. Alex, danke, dass auch du meinen Rücken hast. Ich werd auf jeden Fall so weitermachen. Ja! Ich hoffe, vielleicht kommt der jetzt auch wieder Daily, beziehungsweise nicht Daily, also jede wöchentliche Videos vielleicht. Ja! Elf Monate. Italien! Ja, den Clip hab ich auch wirklich schon gesehen. Letztes Mal das mit Brasilien und jetzt Italien, Mexiko, Aberdigger. Sie sehen sich auch fast ähnlich, außer mit diesem Zeichen. Saschas Uploadplan. Zwei Videos an einem Tag. Fünf Wochen Pause. Ein Video, das drei Tage zu spät kommt. Colin, ich glaub, du hast den Reiter vergessen. War kein Video mehr. Das ist zu früh für solche Späße, glaub ich. Neues Profi-Bild gibt Hoffnung. Vor fünf Monaten. Ein halbes Jahr kein Video, aber Hauptsache das Profi-Bild zu Carsten ändern. Freddy, komm, du spauen! Sorry, ein ganzes. Ein Jahr kein Video? Das muss ja gefeiert werden. Ich sage nein zu Alkohol. Ich sage nein zu Alkohol. Muss ich das wirklich sagen? Was ist Alkohol? Ich sage nein zu Alkohol. Oh, es ronnen seinen Mund. Ich sage nein zu Alkohol. Ich sage ja. Ich würde das Format feiern. Inscope. Top 10 Chats mit seinen One... Das lese ich lieber nicht vor. Wie heißt dener, wenn er Hausverbot bekommt? Mehr Anzeigen. Felix vor dem Laden. Ah, Digga, der ist aber gut. So fangen wir gar nicht erst an. Junge! Für den nächsten Kommentar brauche ich ein bisschen düstere Stimmung. Dankeschön. Ich bin jetzt mittlerweile so weit, dass ich mir Videos von vor zwei Jahren anschaue. Entschuldigung. Die ich vergessen habe, damit es mir so vorkommt, als hätte Sascha ein neues hochgeladen. Danke dir Bruder. Leute tun so, als ob ich ewig lang weg gewesen wäre. Yo Sascha, in der Zeit habe ich jetzt ein Kind bekommen, habe es zum Kindergarten gebracht, mein Kind hat einen Abschluss, hat geheiratet, ich wollte Europa, ich liege unter der Erde, ich schreibe diesen Kommentar von dem Himmel. Perfekter Ton. Danke Frank. Bitte. Danke Frank. Bin ich gespannt, ob das jetzt weiter hin so besteht, dass jeden Sonntag 18 Uhr ein Video kommt, oder? Ich will jetzt erst mal wieder stöhnen, oder? Weil ich ein Macher bin. Ey Sascha, bring mal den Müll raus. Ah, Digga. Hannibu. Legende. Nee, heute fände ich nicht auf dem Sofa. Sascha, wir brauchen dich. Wir vermissen dich. Wir brauchen deine Videos. Das Einzige, was bleibt, sind Nikos Videos, welche mir pro Sekunde 10 Gehirnzellen abtöten. Die erste Boxshorts, die ich dabei hatte, habe ich drei Tage lang getragen. Bitte, komm zurück und helfe deiner forlorenen Community, welche alleine in den Weiten des Internets umherirrt. Und lieber Tobi, da habe ich heute nur für dich eine Überraschung dabei. Spätestens jetzt hat er wirklich keine Gehirnzellen mehr. Lad doch was hoch jetzt. Justin, ich arbeite doch schon dran. Was ist mit Luca passiert? Luca, dem wird es schon gut gehen. Yo Leute, was geht und willkommen zu meiner neuen Roomtour. Mein Vater ist eher mit der Milch zurück, als dass mal wieder das nächste Video kommt. Und, wer war schneller? Sascha ist noch stabil im No Noise Video November dabei. Mehr anzeigen. Ach du Scheiße. Update zwei Monate später. Digi, du hast den NNVN durchgehalten. Respekt. Lad bitte weiter so regelmäßig hoch. Digga, die Kommentare aus seinem letzten Video, was dann ein Jahr hier vor war, auch so episch und legendär. Das ist für uns alles sehr angenehm. Kein Ding. Update vier Monate später. Wir sind sehr stolz. Wenn du so weitermachst, hältst du auch den Fernform-Hochladen Februar durch. Schaffe ich easy. Update sechs Monate später. Hat er heute kurz Angst, dass als April-Scherz ein Video kommt? Zum Glück zieht Sascha auch noch den absolut kein Video April durch. Ich weiß nicht, von was er spricht. Update circa ein Jahr später. Jungs, schnallt euch an. Bald geht es wieder los. Und dann wieder jeden Sonntag. Heute kommt kein Video, Mann. Nicht nur, dass der Bruder jeden zweiten Monat zurückgekommen ist, um seinen Kommentar zu updaten. Nein, er glaubt auch nicht dran, dass ich nicht jeden Sonntag ein Video hochlade. Ich hab die Challenge akzeptiert. Wenn ich's nicht schaff, glatze. Oh, Sterling. Nice. Der ist, glaub, ganz gut, oder? Kostetzer Quanten-Chat. Also diesen Sonntag laden ich aber nicht hoch. Ja, ist ja klar. Jo, Sascha, wo bleibst du? Ich bin beim Fantreffen. Leute, macht mal Lärm. Oh. Das waren einfach bis jetzt die besten elf Monate meines Lebens. Danke, Sascha. So viel Liebe bin ich gar nicht gewohnt. Hallo, Isa. Saschas Videos sind so regelmäßig wie der Stuhlgang bei den älteren Herrschaften da draußen. Wen meint ihr damit? Das ist ja bodenlos. Das ist ja bodenlos, Micky, Alter. Ah, Mann. Das ist unge. Okay. Knossi, ja, den musste man nicht verändern. Du verdammt! Digga, das ist ja wirklich, also das ist ja wirklich. Ich verlose diesen Rentner. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Diese Aussage habe ich auch selber Angst bekommen. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr es sehr gerne in Daumen nach oben belassen. Falls ihr daheim noch Tinder-Chats, Instagram-Chats oder sonstige Chats rumgefahren habt, sendet bitte diese an diese E-Mail-Adresse hier. Alles klar, Mann. Machen wir. Abo ist da, Like ist da. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Würde ich auch sagen. Dann haben wir den World Wide Walk Nummer 1. Das ist die Crème de la Crème. Digga, das habe ich auch mitbekommen. Deutschen Twitterer, Twitcher, TikToker, Snapchatter. Und mit dabei mein guter Freund Knossi. Ja! Trimax. Ja! Montana Black. Aber sie haben auch unsympathisch TV. Der sieht so aus, als schafft das nicht bis zum 12. November. Geil, Mann. Geiles Video, Leute. So, Leute. Ich hoffe, euch hat diese Reaktion gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Das war's. Haut rein. Euer Schmerle. Und ciao. Euer Schmerle.